Was geht ab, Leute? Euer Frapses hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in diesem Video geht es auf jeden Fall wieder um den neuen Shop. Ich würde mal sagen, Leute, lasst mir gerne mal einen Daumen, dafür geht es auf jeden Fall nicht so über den Glocker zu aktivieren. Und heute Abend wird es auf jeden Fall ein Event geben. Ich werde heute Abend um 18 Uhr auf YouTube den Stream starten. Wir werden Private Matches spielen, also Custom Server. Das Ganze wird nämlich jetzt gleich um 2 Uhr morgens freigeschalten. Wird auf jeden Fall mega geil. Schaut vorbei. Und jetzt bin ich gespannt, was auf jeden Fall in den Shop kommt. Brr. Richtig geil, Leute, aber ich würde sagen, bevor wir dahin kommen, wir haben hier 10x Battlefallstufen für 900 V-Bucks, kann man sich gerne geben. Falls man maximale Stufen ist, geht das Ganze aber nicht, deswegen kommt hier ein kleiner Fehler. Dann haben wir hier die Raufboldin, einen Charakter, den man sich auch meiner Meinung nach geben kann, weil er mega cool aussieht meiner Meinung nach. Aber das ist ja wiederum, ja, eigenes Thema. Man muss selber wissen, ob man sich das kauft oder nicht. Wir haben hier die Turmspezialistin, einen Charakter, den ich persönlich mega feiere. Da man das Ganze gut mit den ein oder anderen Rücken-Assessors kombinieren kann. Wir haben dann gut Schütteln als Emote. Den Emote, muss ich sagen, ist okay. Ist jetzt aber nicht der beste Emote. Dann, Leute, haben wir hier Capoeira. Äußerst interessant. Ist mal halt was extra, aber ganz ist so was anderes als Tanz, finde ich. Und als letztes haben wir den taktischen Spaten hier für 500 V-Bucks. Eine Schwitzhacke, die wirklich absolut in Ordnung geht. Dann haben wir natürlich hier den Frostwing. Frostwing, Leute, ist von gestern. Also da brauche ich nicht viel zu sagen. Also hat mich mega gefreut, dass so was in den Shop gekommen ist. Und jetzt heute endlich. So geil. So geil, Leute. Guck mal, der hat sogar Messer in der Hand, Bruder. Hä, Leute, what the fuck? Krass. Krass. Ohne Witz, krass, Leute. Also ich feier den Charakter übertriebenst. Und die Flügel, Digga. Leute, das wird sich sowas von gegönnt, Alter. Gibt euch. Gibt euch, Digga. Tschüss. Tschüss, Leute. Zu krass, Alter. Ohne Witz. Dann kann ich mir auf richtig vielen Charakteren übelst geil forschen. Oh, Bruder. Es sieht so geil aus, Leute. Ohne Witz. Ohne Witz, Alter. Richtig geil. Wenn ihr ein Video sehen wollt, wo ich das Ganze auf allen Charakteren ausprobiere, schreibt es mir unten in die Kommentare und liked die Kommentare gegenseitig. Ich persönlich habe mega Bock drauf. Kann ich euch ja mal mit all meinen Charakteren zeigen, wie das halt ausschaut. Und ja, Leute. Soviel auf jeden Fall zum Battle Royale Shop. Falls ihr euch gerade diesen Skin hier gönnen möchtet. Und ich kann es euch auf jeden Fall persönlich sehr empfehlen. Dann checkt gerne mal die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr auf jeden Fall super, 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 super günstige PSN-Karten, wo ihr bis zu 5 Euro sparen könnt. Außerdem, Leute, werden diese PSN-Karten innerhalb von 2 bis 3 Minuten geliefert. Und ihr könnt wirklich mit allem zahlen. Von PaySafe bis Paypal bis hin zu alles Handy drum und dran. Und warum ich gerade so lache, Leute? Weil meine Kollegen die ganze Zeit komische Sachen sagen, während ich mein Commentary mache, weil die auch hier in der Lobby waren. Deswegen muss ich hier die ein oder anderen Male lachen. Aber wir schauen uns jetzt ganz kurz nochmal den Ready-the-Welt-Modus anschauen. Und dort dann, was für einen Lama wir bekommen haben. Ich persönlich bin mega gespannt. Ich gehe einfach stark davon aus, dass wir absolut Müll bekommen haben, wie die letzten Tage. War auf jeden Fall recht enttäuschend, finde ich. Aber was ich sagen kann, Leute, hier diese neue Raketenwerfer soll anscheinend richtig, richtig gut sein. Heute haben wir auch das Waffenlama bekommen. Kann man sich geben, wenn man möchte. Aber ihr könnt euch das Video gerne von Wiz anschauen. Er hat darüber ein Review gemacht. Ich persönlich finde es mega geil. Werde ich mir auf jeden Fall auch noch zulegen. Und Wiz hat auch gesagt, dass es mega gut ist. Und ich finde, das ist auch mega geil, da man damit richtig gut Damage machen kann. Soviel auf jeden Fall zum Shop-Video. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, Leute, checkt auf jeden Fall mal morgen meinen Stream aus, den ich veranstalten werde. Wie ich bereits gesagt habe, wir werden Private-Server spielen und natürlich vieles mehr. Und hiermit würde ich mich dann auch schon verabschieden und wünsche euch allen natürlich wie immer einen angenehmen Tag. Und würde sagen, Leute, haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Ciao. Euer Frips.